das klebeband so brust panther alteisen brust panzer schön dann machen wir uns noch schauen wir mal hier auf den charakter ein bisschen was hat es auf jeden fall gebracht wo haben wir denn den nach bastelt dass ich den grad noch oder wieder was du mir dann aber ganz schön lange okay so einmal schutz gegen bisher und sonstiges und das geht halt immer auf minus nein nicht einmal ordentlich okay das kann man eigentlich so lassen der kopf vielleicht noch hier handschuhe oder handschuhe oder schuhe ich bin mir gerade noch nicht sicher gucken wir mal handschuhe oder schuhe oder beides so gar nicht mal übel oder so einmal hier alteisen stiefel so das gibt auf jeden fall mehr schutz wenn es jetzt noch für eine hose reicht dann bin ich auf jeden fall zufrieden gibt es überhaupt eine hose ich glaube eine hose gibt es gar nicht nein aber da kann man echt nicht meckern wir haben uns komplett ausgerüstet hier mit vielleicht hier noch so mit ein bisschen mehr schutz sehr schön kann man nur aufheben okay so machen wir unsere alten sachen hier rein genauso wie das leder das war uns sehr sehr hilfreich das klebe wird man nun auch wieder rein und das eisen auch warum haben wir denn die pflanzen rein ich glaube unten so jetzt müssen wir uns langsam aber sicher auf das ende vorbereiten eventuell so spiritus ich weiß nicht für was man das braucht ich tue das mal in so eine kiste rein also nicht in die schmelzkiste aber in eine von den unteren schmelzkiste 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 ist das ja nicht hier haben wir noch benzin aber wir brauchen fleisch wir haben kein fleisch mehr leider wir haben wasser wir haben was zu essen aber naja gut da heißt es warten hier ist noch die pflanze kann die wirklich die erhöhe halten für ein goldruten tee und was bringt der goldruten tee ja tatsächlich damit kann man scheißerei halten dafür ist die also da oh nein es geht los wohin gehen wir erster stock oder gehen wir aufs dach ich kann mich gerade nicht entscheiden ich bin zu aufgeregt was machen wir nicht danach nein das auf jeden fall nicht eigentlich wollte ich hier immer noch ein bisschen looten gehen da hinten hielten die city wir brauchen materia und wir brauchen unbedingt einen schraubenschlüssel alter unsere base hält niemals unsere base hält niemals hier schon eher und wetten die kommen genau von hier genau da wo es am schwächsten ist ich habe vergessen es aufzustellen oh ich habe vergessen die anderen spikes aufzustellen Oh, 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 oh holz dafür benutzen um holzstacheln zu bauen habe ich etwa hier vergessen noch weiter zu bauen eventuell jetzt aber schnell wie du nie gebaut hast 8 uhr ich glaube hier dreier reihe mehr ist glaube ich nicht schlecht ich baue sie hin verdammt 8 Beheh. Beheh. Okay. So. Boah, ich dachte schon. Vogelnässt, wieso? Okay. Das muss reichen. Nein. Zubauen. Boah, Vorsicht. Ja. Wieso? Woher ist, wieso? Das ist es. ich gleich los. Mehr kann ich nicht tun. Nein! Es reicht nur noch für den ersten Stock. Nein, es reicht sogar noch fürs Dach. Aber ich glaube, ich gehe den ersten Stock. Da kann ich besser ziehen. Ich glaube, so gefällt mir das ein bisschen besser. Oh, oh. Und danach unbedingt Holzfaden. Kann ich hier irgendwie die Pfeile aussuchen? Sehr schön. Mit Eisenspitze. Zwei Stück. Ja. Ein Kampfschluck noch. Das ist ziemlich dunkel und neblig. Wo ist der Mond? Der selbst angepflanzte Wald sieht sehr bedrohlich aus. Oh Mann, woher kommen die? Man sieht den Mond nicht, weil es so neblig ist. Nein! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie werden! Sie kommen! Verteidigung! Haltestand! Oh man, ich habe Angst vor unserer Südseite vom Haus. Hoffentlich kommt sie nicht rein. Alter, wieso kommt der mal von der Seite? Morus! Kommt hier, ihr verdammten Viecher! Alter, wieso immer von da? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, wenn unsere Verteidigung jetzt nicht hält, sind wir am Arsch. Geweckt, Tonnenpflanze! Na, wo ist es denn? Hier vorne? Ich hole mal kurz meinen Rucksack, okay? Hey! Ich bin mal... ich hole mal, ne? Ja, aber ich bin selber gestorben! Wegen mir selbst... Oh je! Oh oh! Ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht! Oh nein! Oh nein! Ich werde mich verfluchen! Ich werde mich verfluchen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Musik-Video.